Herzlich Willkommen! Moritz Hartmann gestern 2 zu 1 gegen Heidenheim. Das war der sechste Sieg im sechsten Spiel gegen die Ostälpler. Ist es so ein bisschen Lieblingsgegner von euch? Ja, anscheinend. Also wenn das die Geschichte so sagt, können wir gerne öfter gegen Heidenheim spielen. Jetzt gab es gestern eine sehr sehr ausgeglichene erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man euch dann eine deutliche Leistungssteigerung angemerkt, vor allem auch, weil ihr offensiv variabel war. Wie hast du das denn erlebt? Ja, ich denke, das fing jetzt in der zweiten Halbzeit genauso an wie in der ersten Halbzeit, wie es aufgehört hat. Ja, wir haben uns mehr oder weniger neutralisiert und ja, wir haben mit der erstbesten Chance in der zweiten Halbzeit das 1-0 gemacht. Das war sehr wichtig. Kurzzeit später direkt das 2-0. Ja, das hat uns so ein bisschen auf die Siegerstraße gebracht. Und ja, das war so ein bisschen der Knackpunkt jetzt für den Gegner auch. Und ja, zum Ende hin wurde es noch ein bisschen spannend, weil wir den Gegner so ein bisschen noch eingeladen haben, das 2-1 zu machen. Aber letztendlich war es, glaube ich, hochverdient. Vor dem Darmstadt-Spiel gab es eine ziemliche Durststrecke. Da seid ihr in der Tabelle auch ziemlich abgefallen. Mittlerweile sind es jetzt sieben Punkte nach unten. Wie ist es für euch? Sagt ihr, okay, ihr könnt jetzt schon für die zweite Liga planen oder muss man da auch noch so ein bisschen ein Auge nach unten haben? Das muss so die Männer oben fragen in der Geschäftsabteilung. Keine Ahnung. Also es ist nach wie vor wahnsinnig verrückt in der zweiten Liga. Klar, wir können jetzt ein bisschen atmen. Nach unten sind es jetzt sieben Punkte, wie du gesagt hast. Nach oben hin, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber ja, wichtig ist es einfach für uns, dass wir jetzt von Spiel zu Spiel denken, dass wir weiterhin die Siege einfahren und mal schauen, was am Ende dabei herauskommt. Ich glaube, man hat es in den letzten Partien gesehen, die Fans stehen auch wieder hinter euch. Wie wichtig ist es jetzt, dass ihr zwei Heimspiele habt? Zwei Heimspiele sind immer schön. Der Gegner muss anreisen, muss auf einem anderen Platz spielen. Das ist ungewohnt für ihn und wir können dabei unsere Heimstärker ausspielen. Jetzt in Heidenheim waren auch wieder viele Fans dabei, haben uns lautstark unterstützt. Das war schon beeindruckend, wie voll der Block da war und ich hoffe, dass diese Unterstützung jetzt auch in den nächsten Heimspielen weiter so Bestand hält. Herzlich willkommen Sportdirektor Angelo Fier. Wie zufrieden bist du denn, wie deine Mannschaft aus der Länderspielpause gekommen ist? Na gut, wenn man gewinnt, ist man immer zufrieden. Also ist doch klar. Ja, muss man sagen, wir sind zufrieden mit dem ganzen Spiel. Verdient gewonnen in Heidenheim. Ich glaube, die erste Mannschaft, die seit längerem dort gewonnen hat, ist nämlich nicht ganz so einfach. Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, geduldig gespielt, dagegen gehalten und auch am Ende verdient gewonnen. Am Ende ist es trotzdem nochmal ein ganz klein bisschen spannend geworden. Hättet ihr vielleicht den Sack schon früher zu machen sollen? Ja gut, natürlich, die Chancen waren da, aber das ist ja normal. Der Gegner kommt und Heidenheim hat gedrückt und steht ja auch mit dem Rücken zur Wand. Abstiegskampf und wenn dann das 2-1 fällt, dass dann nochmal ein bisschen Hektik aufkommt, ist das normal. Aber es war jetzt nicht so, dass es unbedingt sehr gefährlich wurde. Die Mannschaft hat sich gut dagegen gestemmt, hat das clever runtergespielt, dann auch nachher die vier Minuten, fünf Minuten Nachspielzeit, den Ball gehalten, Freistöße, Einwürfe etc. rausgeholt. Also das war schon gut. Jetzt hat man die 40-Punkte-Marke geknackt. Normalerweise würde das ja den Klassenerhalt bedeuten. Heuer ist es aber so, dass eigentlich nur drei Mannschaften noch so ein bisschen vorne dran sind und wirklich raus sind. Wo geht denn jetzt der Blick hin? Der Blick geht jetzt aufs nächste Spiel. Der ist Arminia Bielefeld. Ich denke, die Mannschaft hat jetzt gerade in den letzten Wochen gut gearbeitet, hat sich dagegen gestemmt, hat die Wende hinbekommen. Wir hatten drei Spiele verloren, wir waren ein bisschen negativ und hat sie jetzt ins Positive umgewendet und jetzt wollen wir den Weg weitergehen, arbeiten. Bielefeld steht an und dann kommen auch noch interessante Gegner, die sicherlich Spaß machen und worauf man sich freuen kann. Ja, herzlich willkommen Tobias Lewels mit einem 2 zu 1 Sieg aus der Länderspielpause raus. Jetzt habt ihr die 40-Punkte-Marke geknackt. Was bedeutet das denn überhaupt in dieser Saison? Keine Ahnung, für mich ist nur relevant, dass wir jetzt in den letzten drei Spielen sieben Punkte gemacht haben und gestern nachgelegt haben nach dem Heimsieg und jetzt stehen wir sehr gut da und werden uns jetzt erholen und uns auf nächste Woche vorbereiten, weil wir da weitermachen wollen. Die anderen haben gestern gesagt, es war ein ziemliches Geduldsspiel. Wie hast du es denn erlebt? Es war eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit und dann habt ihr richtig aufgedreht? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit zu unruhig gespielt, im eigenen Ballbesitz, auf die falschen Entscheidungen getroffen, zu früh tief gespielt, zu wenig den eigenen Ballbesitz genutzt und in der zweiten Halbzeit war das dann anderer. Da haben wir anders, da haben wir besser gespielt, da haben wir ruhiger gespielt mit dem Ball und haben dann zwei Top-Tore erzielt. Ja, und dann war das Spiel eigentlich unter Kontrolle und dann machen sie so ein Flipper-Zufallstor, ganz komische Situation. Ja, aber wir haben es dann bis zum Ende gut verteidigt, die hohen Bälle sehr konsequent und haben hochverdient gewonnen. Jetzt habt ihr als nächstes zwei Heimspiele. Ist ja nicht unbedingt ein Nachteil. Wo blickt ihr denn jetzt gerade hin in der Tabelle? Ich meine, nach oben sind es, Kiel spielt heute noch, sind es vier Punkte, nach unten ist es aber auch nicht mehr so viel. Wo geht der Blick jetzt hin? Auf das nächste Spiel, nächste Woche, Sonntag gegen Bielefeld, wollen wir dreifach punkten und andere Gedanken gibt es nicht. Kiel reden wir immer wieder zum Teele. Kiel ist viel zu erfolgreich. Das nach oben ist ein Nachteil. Alles gut, denn sie haben gerade ein Nachteil, das wir setzen. Dann haben wir hier wieder, als nächstes Mal nach unten ist es nicht wichtig, die dort, das nach unten ist.